Meine Damen und Herren, einen riesen Applaus für den großen Coutinho! Herzlich Willkommen, mein Lieblinger, heute zum letzten Mal. Ich bin's der große Coutinho und ich werde Sie wieder entführen in eine Show des Unglaublichen, des Mysteriösen und des Zauberhaften. Aber ich werde dies nicht allein tun, denn wie es sich für einen Zauberer von Weltformat gehört, habe ich natürlich Assistentinnen, langweilige, gut aussehende, blonde Assistentinnen. Einen riesen Applaus, hier sind meine drei Uschis! Das sind Sie nicht einfach Trachtstücke und Sie haben natürlich schon meinen ersten Zaubertrick heute mitgebracht. Wie Sie unschwer erkennen können, handelt es sich um den wohl weltberühmtesten Zaubertrick auf der ganzen Welt, die zersiegte Jungfrau. Und was wir natürlich brauchen für diesen Zaubertrick, ist natürlich eins, eine Jungfrau! Es tut mir leid, dass Fehler unterlaufen wird, dass es die falsche Jungfrau ist. Wir werden hier nicht die Jungfrau Maria zu sehen, keinesfalls. Wir machen eine richtige Jungfrau. Und da habe ich so ein richtig geiles Stück für euch. Hier ist unsere wilde Tina. Komm raus! Ja, das ist die Tina, so wie ich sie lieber kenne. Und meine Assistentin helft mir jetzt schon mal in die vorbereitete Kiste hinein. Und wie Sie sehen können, arbeiten wir hier ohne Tricks und doppelten Boden. Also hier wird überhaupt nicht geschummelt. Büse da, Kopf da. Und jetzt werde ich meine Magie bleiben lassen. Aber ich werde hier nichts selbst anhand nehmen. Denn wir müssen erstmal die ganzen Sicherheitsverformnisse hier in der Stadt alle berücksichtigen. Und dafür haben wir genau die richtige Person. Nämlich die DAK vom Stadtteil Ölstitz. Hier ist die Schwester Agnes von Ölstitz. Die ist noch ohne Fahrrad. Hier ist unsere Bloody Mary. So, und Sie werden jetzt hier die Sicherheitsinstallation vornehmen. Hier ist der Puls. Alles in Ordnung. Jetzt noch ein Verhältnis für etwa 1.80. Vollkommen ruhig. Hier wird absolut nichts passieren. Dazu bin ich einfach Profi. ein trauerhaftes Anblick. Ein großes Nachdraines für uns von Schwester Agnes. Und jetzt kommen wir hier, bitte ruhen, ich muss mich konzentrieren. Wir kommen jetzt zum Vollzug des Aktes und ich werde jetzt hier nicht selbst Hand anlegen, sondern ich habe mir professionelle Unterstützung gesorgt. Wir sind die Meister des Sägezahns, unsere Helden aus dem Wald. Hier kommt die Hinterzeller mit Testbrüder. Kommt raus, Jungs! Einst am Weiß, wir sind hier nicht immer auf der Welt. Wir haben das Kunstwerk, schön, gut oder schnell. Das ist unser Leben, wo haben wir auf der Welt. Wir müssen hier nicht immer auf der Welt. Ja, aber ihr seid bald, die uns mit uns abbereit. Wir haben in der Sölzer Stimmung verurscheint. Das ist unser Leben, nur ab und ab und ab. Ihr seid bald, die uns abbereit. Tut mir leid, also Jungs so richtig von der Stelle gehen, das haben wir nicht. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch professionelle Unterstützung. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Das ist unser Jungs so. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Chicky legen los. Ja, ich verstehe uns hier gar nicht zu schnappig. Das geht jetzt. Der Jungs war, wird noch nichts passieren. Oh mein Gott, das ist Blut oder sowas. Richtige Beziehung lassen, Richtige Beziehung lassen. Danke, der Applaus ist gerecht, war nicht möglich. So, aber nicht, dass Sie denken, das war jetzt alles. Ich werde jetzt, kraft meiner Magie, diese beiden Hälften der jungen Frau wieder zusammenfügen und Sie werden dann sehen, Sie werden heilig und unversehrt diese Kiste hier entscheiden. Und dazu sage ich meinen weltbildenden Zauberspruch, Let the Magic begin! Das wäre der Tisch gewesen. Und, wie Sie sehen, ist die jungen Frau geheilt? Was? Oder auch nichts? Das ist jetzt passiert. Scheiße! Das ist jetzt passiert. Ich ruf mal schnell meine Zauberaubertrainer. Das ist alles. Ich ruf mal immer weiter. Irgendwann habe ich mehr. Vielen Dank.